Naja, wenn sie zu drück sind, werden wahrscheinlich keine Probleme mit ihm machen, oder? Ja, die Jungs vom Bundeskrenzschutz werden ja wissen, was sie zu tun haben, oder? Wenn sie sich anständig benehmen, bekommen sie auch was zu essen und zu trinken. Ich will nichts essen. Ich will in Deutschland bleiben. Ich würde den Deporti in diesem Zustand nicht mitnehmen. Ich will nicht nassieren! Ich will nicht nassieren! Hilfe! Hilfe!